Okay, ich habe meinen Bildschirm gelöscht. Schauen wir uns jetzt diese Taste etwas genauer an. Die zwei Funktionen, welche ich Ihnen zeigen möchte, sind die fortlaufenden Rahmen und die Buchstabenmarkierung. Beginnen wir mit dem fortlaufenden Rahmen. Wenn Sie hierauf klicken, erhalten Sie drei Optionen Text, Muster und Band. Wir wählen Text. Hier gibt es die zwei alternativen fortlaufende Rahmen- und Buchstabenmarkierungen. Schauen wir uns kurz die Buchstabenmarkierungen an. Hier können Sie zwischen Designs wie diesen wählen, aber ich gehe über Escape wieder zurück zu den fortlaufenden Rahmen und klicke auf OK. Es gibt eine Auswahl von 20 Arten, wie Sie sehen, viele verschiedene. Nehmen wir diesen hier, der sieht gut aus. Wir gehen auf OK, jetzt muss noch ein Text eingegeben werden. OK. Standardmäßig sind 24 Millimeter eingestellt. Das ist die Länge des fortlaufenden Rahmens, in die unser Text integriert wird. Wenn Sie ein längeres Etikett drucken möchten mit einer fortlaufenden Wiederholung des Textes, sagen wir 200 Millimeter lang, dann brauchen Sie nur den Wert anzupassen. Also wir geben 200 ein und bestätigen mit OK. Ich schlage vor, dass Sie immer einen Blick in die Vorschau werfen. Hier sehen Sie, dass der Text mehrfach abgebildet ist und alles funktioniert hat. Dann gehen Sie auf Drucken. Die Auswahl mehrerer Kopien bedeutet, dass innerhalb des fortlaufenden Rahmens Schnittmarken integriert werden. Entsprechend würden Sie dann zum Beispiel 3 oder 4 eingeben. In unserem Fall bleiben wir bei einer Kopie und gehen auf Drucken. Und hier kommt unser schönes Etikett raus. Ich denke, das ist eine sehr schöne Funktion für die Textilbänder. Ich habe hier ein laminiertes Band verwendet, da die Kassette noch im Gerät eingelegt war. Und das ist unser fortlaufender Rahmen. Das ist eine tolle Methode, ein Etikett zu gestalten und hieraus etwas Persönliches, etwas Besonderes zu machen.